Ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute da bist. Ich danke. Die Kinder haben sich sehr, sehr, sehr gefreut. Und dann können wir nur hoffen. Übrigens, du sahst sehr gut aus im Nikolaus Kostüm. Ich habe auch damit überfallen. Normalerweise ziehst du den immer an, ne? Ne, 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 ich will das nicht erkennen. Hoffen wir, dass das hier mit den Tellern zum Anfang ist. Und ich freue mich auf die zukünftigen, nächsten Aktionen, Begegnungen mit dir. Ja, wo du eigentlich das Gesicht jetzt für uns bist. Was wir mittags nicht für Kinder und Jugendlichen tun. Dann mal ganz, ganz lieben Dank vom Herzen aus. Ich danke auch nochmal. Und wie du schon gesagt hast, wir brauchen nicht so viel mehr dazu sagen. Okay. Hoffen wir, dass der Start ist und dann, dass wir andere Aktionen haben. Danke.